so hallo und da sind wir wieder bei cooler cool es ist immer noch dieselbe aufnahme ich kann einfach nicht aufhören es wird zu ende bringen ist da so was hier ist alter wer soll da drauf kommen hier ist ein verdammter in wisse blog als sie sind laut in wisse blogs aber hier mal ganz im ernst wie soll ich das denn riechen und dafür braucht man den pilz dass man hier hoch kann also anfangs war das level ja nett aber der teil also der teil der ist richtig asozial so wir müssen hier den weg frei machen wir müssen nach unten wir müssen den quatsch jetzt wieder machen hüpf ne hüpf doch nach gibt's das denn komm treff ihn danke hat ja auch lang genug gedauert so und jetzt ist der typ wieder da muss ich erst noch ein stück weiter runter wahrscheinlich ne ja da ist ein ball ich sehe es ja ich muss bis hier hin ich glaube ich muss bis ganz runter sogar nach jetzt alter leck mich doch ein am armen ich bin ja nur leicht aggro karte das ist ein tolles hier so ja das mit der shell das hat ja alles gepasst was wir da gemacht haben und jetzt jetzt ist bitteschön der typ wieder da danke denn jetzt haben wir ja da oben die blöcke weg gemacht jetzt kann ja auch hier so als nächstes müssen wir hier oben drüber wie ging das denn noch gleich ich glaube auf ihn drauf aber so dass wir halt nicht sterben ja wie war das mit dem so dass wir halt nicht sterben denn wir müssen ihn und es ist es ist unglaublich es ist unglaublich beschissen alter ich meine ich hätte mir an dem wasser da drüben denken können theoretisch höchst theoretisch also so ein bisschen vielleicht wenn ich nicht jetzt bin ich denke ehrlich nicht wie soll man auf sowas kommen ihr könnt mir ja mal sagen ob ihr drauf gekommen wert wenn ihr es noch nicht hattet also jetzt hüpft doch bitte weiter das macht mich aggressiv du sollst ihn nicht töten welchen teil von nicht töten hast du nicht verstanden denn komm wieder her vielleicht haut es jetzt ja besser hin ja wesentlich komm ich sagte es haut jetzt wesentlich besser hüpf jetzt ab ich kann ihn so lange stehen bleiben ich muss doch dann auch mal ein hyper machen können alter 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 das fehlen mir die worte was ich mich gerade frage ach so ja ja doch hat sich erledigt ich habe mich gerade das ganz was dumm ist gefragt deswegen sage ich euch gar nicht was ich mich gerade gefragt habe es war wirklich immer wirklich dumm war wirklich sehr sehr dumm so hat mit dem block da drüben zu tun mit dem fest nicht dachte ich komme da vielleicht anders auch hin aber natürlich nicht alter machen wir es halt auf dem rückweg wenn dies dir lieber ist ich darf ihn hier noch nicht töten ich muss ihn töten wenn er über dem wasser ist und mittlerweile kann sich jeder denken was gemeint ist und ich kriege es nicht auf der reihe boah ich kriege ein kind ey entschuldigung gut das war jetzt auch nicht so eine dramatische schimpf tirole aber parole das gibt es doch nicht jetzt hüpft da drauf das level macht mich langsam aber sicher wirklich aggressiv okay noch eine runde vielleicht geht es jetzt ja besser hoffen wir sie ja jedes mal aufs neue hoffen wir das und es ist genau derselbe schrott wie immer komm ich überhaupt hoch jetzt mal ganz anders oder denke ich gerade falsch komm geh mal kaputt ich will mal kurz was gucken alter jetzt geht doch mal kurz kaputt ich will doch nur kurz gucken ob ich da überhaupt überhaupt drüber kommen oder ob da noch mal manch oder irgend so was ist nee okay ich komme da hoch also alles was ich tun muss ist da hoch zu kommen herrgott noch mal dann tust doch auch bitte lass dich nicht ständig von allem und jedem treffen es ist wirklich sehr schwer gerade noch die nerven zu behalten ganz ehrlich ich weiß dass ich selber schuld bin wenn ich sowas spielen will jetzt komm das ist doch jetzt perfekt also perfekt im sinne von ich will das endlich weg haben ich will ihn nicht treffen nur an rand in dem moment wirft er halt gerade nichts deswegen ist es optimal au daneben nicht noch eine runde hey scheiß doch drauf er wirft immer dann wenn ich wenn er gerade wieder herkommt ich krieg ihn nicht ich komm da nicht hoch kacke blöde mit dem sprung wird es auch nix mist alter es haut nicht hin ich kann es setzen wie ich will ich komm da nicht hoch ja spring da unten einfach mal weg scheiß chuck doch mal ich kann da eine weile stehen aber wenn ich halt weg springe kann ich nicht sogar in ihm laufenden moment wie ist denn das aber dadurch dass sich die plattform halt nach oben bewegt töd ich ihn ne komm noch eine runde komm noch eine runde haut es jetzt besser hin vielleicht spring weiter verdammt da war es da war es fast also ganz ehrlich die nerven liegen gerade so richtig schön blank bei mir weil ich will nicht so einen scheiß hier als video präsentieren ich will was ordentliches okay noch eine runde bitte aber es läuft immer auf dasselbe hinaus ich sehe es doch wie soll ich das timen ich verstehe es echt nicht ja ach man endlich oi zum kotzen sorry fuck dachte grad schon so so tu mir einen gefallen und sterb dafür habe ich eine ganz tolle überraschung für dich oh ich sollte ihn ich sollte wirklich gucken dass er mit dich kommt nicht dass es da nicht funktioniert oder irgendeine scheiße achso ich sollte nicht hier runter übrigens sondern ich muss jetzt wirklich schnell sein und mit ihm mit die ganze kacke machen hier das heißt ich darf mich da unten auch nicht länger aufhalten oder so ich muss da direkt durch direkt durch heißt wirklich direkt durch ohne umwege ohne langes rumprobieren es muss auf Anhieb alles sitzen Alter das ist so krank das ist so krank einfach nur Boah 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 Ich mache fünf Kreuze wenn das Level mal irgendwann vorbei ist Boah das ist echt ein eigener heck das level das level ist echt ein eigener heck du meine herren ich hoffe ich hab's auch noch schon nie nicht nicht schon versaut oder so wäre doof also im sinne von du bist schon wieder viel zu weit so weit dürftest du noch gar nicht mit dem fisch sein das ist schon weit zu weit runter gefallen aber ich glaube joshi kommt gleich hier unten ach das kommt erst noch ja da unten ist es dann jedenfalls vielleicht kann ich mir leisten die einen sprung zu machen weiß ich nicht das problem ist dass es halt möglich ist ihn direkt mitzunehmen weißt du deswegen und dann sterbe ich direkt ich denke ich kann mir schon einen einsprung kann ich mir schon leisten mann kommt den jetzt mit dem den jetzt mit da oben ich bring dich um mario ich bring dich um was ich eh schon die ganze zeit mache weil du nicht auf mich hörst danke jetzt aber schnell es wird sonst eng hier komm 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 das wird echt gerade eng ich glaubt ja schon meckner fuck also darf ich es eben doch nicht es muss auf anhieb sitzen ich bin hier oben oder was wow jetzt ist er wieder wie lange nehmen wir schon wieder auf 15 minuten und kommen nicht voran ich meine ich habe doch im letzten part die pilze gemacht wir waren also jetzt 15 minuten lang nur den kackdreck hier alter leck mich doch am arsch ist er da ja es tut mir wirklich leid dass die videos derzeit ich hätte nicht gedacht dass es so asozial werden kann der heck weil das ist schon wirklich also dass also das ist schon wirklich eine neue dimension für mich gerade wie unfair das einfach mal komplett ist moment ich könnte dir noch einfach anstupsen nein niemand lieber mit die gibt es doch nicht richtig noch natürlich nicht ach man jetzt bin ich wieder da oben ich versafestate mich aber auch gerade wieder ständig schwitz komm aus der situation geht das noch glaube ich hoffe ich komm schon nimm die fälle mit und sterb nicht wenn du sie mitnimmst und da kann ich hier wieder den hier und dann eine runde hier und dann es muss doch gehen dass mal eine einzige runde auf dem scheiß trampolin kommen probieren wir es noch mal vielleicht war ich vorhin einfach nur zu zeitlich zu knapp jetzt sehe ich ihn ja auch noch passt jetzt ja eigentlich schnell runter hopp 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 und rein und immer noch sehe ich ihn und immer noch sehe ich ihn komm 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 ja jetzt haut es hin kommt die musste gerade jetzt hier so blöd kommen die pflanze ganz ehrlich ich kann jetzt nicht warten scheiße blöde scheiß pflanze musst du jetzt da sein wo du bist das gibt es doch wohl nicht die war noch ich komme denn nicht vorbei oder komme ich an der irgendwie vorbei ein grund mehr dass darum wirklich sobald so mit einem mit einem stück zu erwischen vor jetzt bin ich wieder hier natürlich leck mich doch langsam am arsch sage ich immer an der stelle fällt mir gerade auf immer an der stelle fange ich an damit mit dem rumgefluche interessant aber mal merken bringt mir jetzt allerdings auch nichts das habe ich auch nicht mehr bock deswegen so freunde ja alter was warum tue ich das überhaupt warum spiele ich diese kurz nimm die fälle mit und regt mir auf komm take the shower with you sei ein liebes mario und nimm sie mit ohne zu sterben danke ich kriege gleich frebs macht ihr gleich ende mit dem mit der aufnahme hier alter ja genau leck mich doch ok sag mal so wenn die pflanze jetzt nicht passt ich drehe ihr den hals um hat die überhaupt einen hals die hat gar keinen hals ne die passt doch schon wieder nicht woher soll ich denn wissen wie die pflanze hier unten kommt das gibt es nicht so was lass mich hier ein paar mal hin und her fahren vielleicht ist die pflanze dann unten anders aber leute im nächsten part ich habe jetzt so die schnauze voll ich höre jetzt auch aufzunehmen das mache ich dann anders weiter mach mich ein extra safe state so ich bedanke mich fürs zuschauen und sorry wenn ich schlecht gelaunt bin aber ich glaube man kann es verstehen tschüss das ist das ist das ist das ist das ist